Ja, da haben wir das doch auch, wollte das einmal für die Zuschauer, ja, denen zeigen, wie das so ist, wenn man bei Rav den Löffel abgibt. Ja, so sieht das dann aus, meine Lieben. Wie sieht denn dein Inventar aus? Es ist alles da. Alles da. Weil ich in der Nähe war und dich nochmal aus dem Wasser retten konnte. Ja, das war echt gut. Das war jetzt wirklich Baywatch, ne? Ich sag dich da nur treiben, der Hai war tot. Natürlich hab ich erstmal den Hai gelootet. Und dann hab ich dich sofort geschnappt, du lachst ja wirklich wie so eine Wasserleiche. Ja, nun gewisse Prioritäten ist ja klar, ne? Dass ich als Looter da jetzt nicht unbedingt als allererste Priorität dich habe, sollte ja wohl klar sein, oder? Andersrum hätte ich das jetzt auch ein bisschen komisch gefunden. Weil da hätte ich mich gefragt, okay, er ist der Looter-King und jetzt bin ich seine Prio Nummer 1, irgendwas ist ja falsch. Gut, aber ich hätte dich dann ja auch als Loot-Ware behalten dürfen. Ja, auch benutze natürlich, klar. Übelst natürlich. So, ich glaube, ich hab hier unten alles. Ich hoffe, ich komm noch rechtzeitig an Land. Weil mein Haken ist auch so gut wie kaputt. Also es waren noch drei Steine, ein Sand, vier Erz und vier Toten. So, aber gut. Ne? So, dann können wir ja ablegen, wenn du möchtest. Und, äh... Ja, an sich geht das. Wieso sind hier... Also, Gorilla. What denn? Warum sind denn hier Samen in der falschen Kiste? Ich hab keine Ahnung. Du bist eine Schlampe vom Herrn, ehrlich. Ach, Quatsch. Das ist doch das System nicht so schwer zu erkennen, oder? Das ist ja nicht. Ähm, so. Wieder Anker hochdrehen. So. Wir hatten auch wieder keinen, äh... Ey, wenn du oder ich das nächste Mal ein... Dings sehen... Wie heißen die jetzt nochmal? Nen... Fisch. Dann kümmern wir uns zusammen um den, ne? Also, dann würde ich da jetzt nicht nochmal hinfahren, sondern schön warten, bis du... Wenn wir was sehen? Ein Kugelfisch, oder was? Ja. Ja, ja, natürlich. Du, die Insel da hinten, ne? Das ist die, von der wir abgelegt haben, oder? Ähm... Schwebt bei dir die Möwe auch gerade in der Luft? Hier, ja, 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 hier ist die. Genau hier. Ach, jetzt hast du sie verschreckt. Legen die keine Eier, oder was machen die da? Nur Federn. Das versteht sich. Ich hab das jetzt immer nur Federn da aufgehoben. Was brauchen die denn? Ich mein, die sollen doch da brüten. Brüten sollen die. Wir haben so viel Palmsamen. Und so viel Mangosamen. Was machen wir denn damit? Na ja, ich pflanze mal wieder Ananas, wa? Du machst das. So. Wir brauchen nämlich dringend Holz. Na, okay. Kriegen wir alle. Macht dir da keinen Kopf. Ja, weil wir verbrauchen so viel Holz, ne? Ja. Das ist unvorstellbar. Jetzt hoffe ich, dass das Ding voll ist hier. Wir können noch nie mal mehr Wasser herstellen. Ja, komm. Also auf konventionelle Art und Weise. Lass uns mal zwei Dinger leer machen. Und dann bauen wir die ab. Hier die beiden. Und da können wir ja vielleicht noch welche von dem, können wir ja noch mindestens einen bauen, ne? Na gut. Ich baue den mal eben. Und ich baue hier ab. Vielleicht baue ich ihn auch nicht, weil ich glaube, dafür braucht ich Holz. Ja, hier. Dann baue du ihn doch. Jetzt muss ich wieder arbeiten. So spät. Ach, genau, muss ich arbeiten. Ich hasse das. Immer muss ich arbeiten. Wie ging der? Und, äh, acht Planke. Vier Glas und... Kielse, Kielse, Kielse. Kackenböwen. Ah, ich hatte noch das Problem. Ich hatte gerade den Sperr nicht in der Hand. Dann musste ich gucken, wo der ist. Und dann... Ah, Wanto, Wabo, weißt du? Ich weiß nicht, wo du deinen Sperr hast. Naja, ausnahmsweise wusste ich das mal nicht. Ich gebe dir einen Tipp. Neben dem Fisch. Ich gebe dir einen Tipp. Halt die Klappe. Der war gut. Ach, den fand ich echt lustig. Ich gebe dir einen Tipp. Halt die Klappe. So, jetzt haben wir zwei von denen. Auch nicht schlecht. Ja. Was man kann, das kann man, ne? Warst du eigentlich die Zeit im Auge? Drei Stunden, 20 Aufnahme. 22.37 Uhr. An einem Montag. Ja, ganz so lange machen wir nicht mehr, ne? Ist ein ganz klassischer Montag. Ich habe so wenig geschlafen. Ich bin, glaube ich, irgendwann um vier oder noch früher wach geworden. Seitdem sozusagen ununterbrochen auf. Und habe geschnitten. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Lass mich mal mich hier um die Öfen kümmern. Ja, also fass du die mal nicht an. Nö, nö. Das ist jetzt mal meine Aufgabe hier mal eben. Ja, ja. Rein theoretisch könnte ich die ja jetzt auch auf die andere Seite holen. Oder meinst du eher nicht? Würdest du das so ein bisschen getrennt lassen. Ich würde es wahrscheinlich eher getrennt lassen. Okay. Okay. Dann lassen wir das auch so. Verpisst euch. So. So, dann muss ich jetzt mal schön schmilzen. Werd fertig. Naja, weil wenn man das so überlegt, so die Inseln jetzt, ne? Ja. Und da war so wieder weg eine Taucherflasche und damit natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Material. Das stimmt. So, meine Taucherflasche ist noch einmal tauchen oder so, dann ist die weg. Dann ist die Müll. Mhm. So, die Taucher, die Schwimmflossen sind auch schon wieder so gut wie weg. Ja. Haken ist auch schon wieder so gut wie weg. Ich muss ja immer dran. Also an deine Hose. Huch. Wird wieder dunkel, ne? Ja. Soll das heißen, du möchtest wieder mit mir ins Bett? Also von mir aus können wir auch gleich mal zum Ende finden. Vorher gucke ich aber nochmal auf, äh, auf hier, auf unsere, irgendwas. Wir, wir segeln sogar gerade in Richtung einer Insel. Wo es natürlich sein kann, dass es genau die ist, wo wir vorher schon mal waren. Möglich ist das. 1.200 weit weg. Was muss man machen, damit diese Kack-Möwen endlich Eier legen? Ich wünschte ich... Hasi, lässt du das Ding an? Nein. Ganz sicher? Ja, ich höre es piepen. Ja. Ich meine, mir ist das egal. Du baust die nächste Batterie. Die kostet noch nicht mal viel. Das ist richtig, aber... Naja, eigentlich gibt es kein Aber, weil wenn wir sie uns leisten können, können wir es ja machen. Ja, also an sich gebe ich dir ja recht. Ich hatte es auch nicht vergessen. Das warst du. Einen mir ne Mo, der Arsch warst du, oder was? Ja. Du kleiner Fotzenkommichter. So, Essen, Trinken, auch ganz wichtig. Nicht vergessen. Apropos Essen, wir müssen vielleicht auch nochmal irgendwann angeln. Äh, ich angel gerade. Oh. Meine ich ja auch, du musst irgendwann mal angeln. Ja, ja, mache ich ja gerade. Ein bisschen Holz auch wieder. Nicht viel, aber ein bisschen. So, dann haben wir auch ein bisschen Kunststoff wieder. Palmblätter sind... Ja, ich muss auch gleich schon wieder essen und trinken. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor wenigen Minuten das alles auf fast 100% hatte. Aber lange wird das nicht her sein, weil ansonsten wärst du ein Tod. Oh, wie der Hai schon wieder um uns rumschwänzelt. Nein, und sein Schwanz. Aber ich habe schon zwei Wälze gefangen, das heißt große Fischportionen, das ist gut. Das stimmt. Die zu essen macht was. Na, ich glaube, der Spaß liegt bei dir nicht im Essen. Nein, was ganz anderem. So. Ja. Ja. Also ich bin dann auch ready zum Schlafen und dann können wir eine Pause einlegen. Ich wollte mal eben hier ernten, bevor er weiter... Ach so, ja, okay. Aber ich bin schon wieder so kurz wie verhungert, deswegen... Das ist alles fertig. Ich pflanze auch nichts Neues. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Ist auch alles gut, also macht ihr keinen Stress. Das da rein und, warte mal, das kommt hier rein. Fisch hier rein. Hier ist ein Hai-Kopf. Ach so, das war ich selber, stimmt. Ich habe schlampig wieder nicht aufgeräumt. Ja, das passiert mal ab und zu. Wir könnten... Ja. Wenn du noch Lust hast, ne? Ja. Könntest du noch mal eben eine große Kiste bauen? Okay. Penner. So. Kann man sich eigentlich keinen Hai-Kopf aufschützen? Schrott, Seil, Scharnier. Schrott, Seil, Scharnier. Irgendwo beißt der rein. Ja. So, wo soll ich die Truhe hinballern? Kannst du die mal als Ersatz machen für die kleine Truhe Essen-Frischware? Weil die, die ist so voll. Oh, der Fisch, der hier gerade gemacht wird, sieht gut aus. Das ist wieder so einer, den du typisch irgendwo rektal einführst. Hm. So. Mal eben da rein. Zack, da ist er. Ist der Fisch auch fertig? Welcher? Der große? Nö, der brennt ja noch. Ich kümmere mich. Brennt die Scheiße eigentlich Dauer? Sag mal, diese, diese komische, äh, Flaschen-Dings hier post. Kann man mit der irgendwas machen? Nö, nur hinstellen. Nur hinstellen. Mehr nicht. Ist er da? Ja, 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 ja. Ich war nur irritiert. Obwohl ja diese kleinen blauen Truhen ein bisschen mehr nach, äh, Kühlschrank aussehen, ne? Aber, keiner sind's. Aber, keiner sind. So, ja, sieht doch gut aus. Es brennt. Dann können wir auch ins Bett gehen, oder? Ja, machen wir mal, komm. Knutschen. Dann haben wir auch Tag 60 jetzt gleich. 13 Tage heute aufgenommen. Mann, Mann, Mann. Oh, mal in einen kurzen Anfang. Weiße, warte, wir steuern die noch an. Wir, wir fahren bis dahin. Ja, komm, dann lass ich's mal eben hinlegen und dann fahren wir dahin und dann, äh, machen wir. Fuck, Alter, ich bin grad irgendwo drauf gekommen. Jetzt hab ich eine Third-Person-Ansicht. Das ist egal. Ich binälder, А certification. Aufaciódrückt wird, wir bei ihm. No, mach. Is der Tür auf den Ribbon aus? Är bei dir. Ja, das ist besser. Und dann